Was wäre eine Boxveranstaltung ohne Hauptkampf? Den hat Bernhard Martino Ciano bestritten. In seinem ersten Profikampf hat der ehemalige Amateur-Schweizermeister es mit dem Karoli Lakatosch aus Ungarn zu bekommen. Auch dieser Fight ist klar und deutlich mit der 1-0 Richterstinge zugunsten von Martino Ciano ausgegangen. Ist es denn als Profi anders als als Amateur? Ja, es ist schon ein bisschen anders. Es ist einiges härter als Amateur, auch wegen dem ohne Schutz usw. Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Ja, schon. Es ist gut gelaufen, schon von Anfang an. Und es war für mich wasgebend, wenn es am Anfang an gut läuft, dann läuft die Match. War die Box ja gut an einem Event? Ja, schon. Ich denke, es ist schon wieder etwas aufgelebt und das Ganze in Europa. Es sind dort in Deutschland auch viel weggemacht und ich denke schon, es ist am Aufleben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.